hallo willkommen ein neues video ich bin cat gamestar und in diesem video werde ich euch zwei codes zeigen also sehr sehr nice und ich erkläre euch jetzt was ihr für diese codes kriegt also der erste code werde ich halt erzählen für den ersten code bekommt ihr halt so ein anzug hier so nice aber ohne halt diese brille und maske habe ich einfach so angezogen ja finde ich auch und auf den zweiten und in den zweiten code bekommt ihr den admin anzug mit diesen schönen fügel es gibt ein problem es können nicht alle sondern die erst am schnellsten mit dem code waren also seid schnell leute um diesen anzug zu bekommen und let's go mit den ersten code leute also hier habe ich ein bisschen umgradig geschrieben also diktiere ich euch noch mal den code 382 p q u p 2 k m c 3 und kommen wir zum zweiten code also hier ist der zweite code den habe ich auch du falsch geschrieben also nicht falsch so unordentlich also sektiere ich euch den auch h 3 o a 2 v w r 2 x 1 l also leute ich werde euch zeigen wo man den code eingeben muss für für diese zwei pakete halt für diesen familien paket und für dieses admin paket muss man hier auf google gehen hier pkxd schreiben dann kommt ihr auf so eine website und da müsst ihr hier sowas finden so ein kreis wo pkxd steht ganz klein müsst ihr drauf drücken und dann seid ihr hier da müsst ihr halt nach unten nach unten bis ihr diese zwei menschen findet halt und danach auf diesen knopf drücken und dann seht ihr da müsst ihr euren account eingeben also passwort und mail halt so ich kann ja kein code kriegen ich bin ja ich habe ja schon alles müsste das müsste da so müsste das auch so hinschreiben diesen code und das waren die codes und das war's mit dem video und ciao und abonniert meinen kanal und ciao und 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 und